Auf Instagram hat Schauspielern Regisseur Til Schweiger am Freitag eine Videobotschaft gepostet, die bei seinen Followern für Entsetzen sorgte. Eigentlich wollte Schweiger nur Werbung für die Invictus Games machen, die am Samstag im Beisein von Schirmherr Prince Harry eröffnet werden. Doch statt seinen Worten zu lauschen, hatten aufmerksame Fans nur Augen für das sichtlich ausgemergelte Erscheinungsbild des 59-Jährigen. Deutlich abgemagert und müde, blickte er mit ernster Miene in die Kamera. Fans kommentierten voller Sorge, Zitat, Du hast abgenommen, das gefällt mir nicht. Ein anderer Follower stellte fest, Zitat, Til, du siehst leider kränklich aus. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Andere Fans zeigen sich verärgert über die vielen Kommentare, die sich lediglich mit der Optik des 59-Jährigen beschäftigten. So schrieb einer sauer, Zitat, Unterirdisch alle Kommentare hier, die sich mit Tils Optik befassen. Auch wenn sie sich in Sorge tarnen, aber das sind wohl diese Zeiten, in denen Form vor Inhalt geht.